Jürgen Kurz, Jürgen Frey, Jörg Knoblauch, wir sind die drei Autoren der Temp-Methode. Meine Frage und wahrscheinlich auch Ihre Frage, wie funktioniert ein Unternehmen? Was macht eine Firma erfolgreich? Und wie schön wäre es, wenn es jetzt eine Systematik gäbe, eine Methodik, die das bewirkt. Die haben wir gesucht, dummerweise nicht gefunden und daher selbst entwickelt. Entstanden ist die Temp-Methode. Und genau diese Temp-Methode haben wir in unserem mittelständischen Unternehmen eingesetzt. Und das mit großem Erfolg, denn wir haben zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, wie zum Beispiel den Gewinn des Ludwig-Erhard-Preis-Wettbewerbs. Als wir uns gegen Konkurrenten durchgesetzt haben, wie zum Beispiel die Lufthansa. Zahlreiche Mittelständler wollten anschließend wissen, wie haben die denn das gemacht? Wie funktioniert diese Methode? Heute, einige Jahre später, arbeiten über 1000 Mittelständler mit dieser Methode. Sehr erfolgreich und wurden sogar schon ausgezeichnet in ähnlichen Wettbewerben wie wir. Und spannend ist, irgendwann kamen die Berater und haben gesagt, aha, diese Methode aus der Praxis muss bei uns auch funktionieren. Könnt ihr uns denn mal zeigen, wie das funktioniert? Und es gibt sogar schon 100 lizenzierte Berater, die mit dieser Temp-Methode heute am Markt unterwegs sind. Wenn Sie das Buch aufschlagen, dann haben Sie auf den Seiten 2 und 3 den großen Überblick. Temp heißt deshalb Temp, weil die Buchstaben T wie Teamchef, E wie Erwartungen des Kunden, M wie Mitarbeiter und P wie Prozesse vier Tableaus abbilden. Sie setzen einfach Ihre Kreuzchen und haben damit zwei Dinge getan. Erstens, Sie haben Ihren Standort bestimmt und zweitens, Sie haben schon festgelegt, was ist der nächste für mich entscheidende Schritt? Der wird dann im Buch ausführlich beschrieben und am Ende bauen Sie Ihr sogenanntes Temp-Haus. Welche Bereiche wollen Sie wie verändern? Welche Noten Benchmarks wollen Sie erreichen? Sie haben also eine Methode, mit der Sie die nächsten Jahre Ihr Unternehmen nach vorne bringen können.